Ah, da sagt er ja wieder. Hallo, ich begrüße euch mal wieder in meinem Küchenstudio. Wir waren ja lange nicht mehr zusammen hier. Ich glaube, ich mache mal das Radio aus. Das wird ja nicht, zumal das mal nebenbei noch diese Geräuschkulisse hat. Ja, ja, ihr kennt das ja. Ja, schön, dass ihr mal wieder da seid, jetzt im Frühling. Heute Morgen hatte ich schon die kurze Hose an. Ja, aber nun habe ich wieder eine grüne Hose an. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, nicht? Oder wenn ich weiter weggehe, auch nicht. Naja, jedenfalls, ich will noch mal was sagen. Ich bin heute wieder am Kochen. Und zwar gibt das Frikadellen. Wollt ihr es mal sehen. Schöne Frikadellen vom Bio-Fleisch und vom Bio-Schlachter. Mh, das kann man mal riechen, oder? Mh, haha. Ja, so ist das. Ja, und dazu gibt es Wurzeln und Kartoffeln. Und, ja, bei den Wurzeln sind auch noch ein paar Erbsen dabei. Und vorneweg, ja, vorneweg, Petra und Andreas, die haben uns nämlich eine leckere Kürbissuppe geschenkt. Ja, und mitgekommen, da gibt es heute noch den Rest. Es ist vielleicht noch ein Kälbchen. Ja, viel ist es nicht. Und hinterher, also ich zeige euch auch noch mal, Erbsen und Wurzeln. Mh, mh, guck mal hier, das ist nicht lecker. Aber ich lade euch nicht ein. Ihr wisst ja, Abstand halten, zwei Meter. Und, ja, hinterher habt ihr auch noch was. Das ist ja ein richtiges Plenum. Mh, guck mal hier, es ist schlagamacier. Es ist schlagamacier, es ist nicht, das ist Rhabarberkompott. Ich habe mal wieder Rhabarberkompott gekocht gestern. War ganz einfach. Rhabarber, Zucker, Zimtstange, Kiprone, bisschen kochen lassen, drei Minuten abkühlen, alles wieder rausnehmen, bis auf den Rhabarber. Und schon abkühlen lassen. Und es schmeckt hervorragend. Ja, hört ihr das? Das gleicht, das dritten. Ich glaube, ich muss es jetzt mal wenden. Mh, ein kleines bisschen Wunderchen. Mh, mh, mh. Ja, guck mal hier. Ihr könnt ja jetzt mitgucken. Ihr seht jetzt auch, glaube ich, die Küche mal nicht fliegelt verkehrt. Sondern ihr seht sie jetzt mal so, wie sie wirklich ist. Ich habe nämlich mir so ein neues Gerät gekauft. Und da habe ich lange drauf gewartet, es ist nach China gekommen, ja. Und da kam ja nichts mehr her, nicht? Und, ja, das habe ich gemacht. Und nun, könnt ihr mich sogar verfolgen, ich bin natürlich nicht mehr, nichts mehr, nichts mehr. Na gut, Quatsch muss sein. Und ein neues Mikrofon habe ich auch. Ich zeige euch das mal. Mir hat nämlich Sascha, der war im Altenheim in meinem Erdland-Titel, der hat mir gesagt, ihr müsst ihr ein neues Mikrofon kaufen, damit der Tonwässerung bekommt. Ich hoffe, das hat nun alles gekauft. Und ich wünsche euch nun mal einen ganz schönen Abend. Und ich sage mal, tschüss und wünscht uns einen guten Appetit, nicht? Tschüss. Und ich sage mal, tschüss.